Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüsse euch ganz herzlich zum heutigen Jungfrau Zeitung Panorama aus Thun. Und das haben wir heute für euch. Der Cheftrainer vom FZ Thun Berner Oberland nimmt Stellung zu einem nicht ganz guten Start ins 2022. Und die Musikerin Angelika Ott bringt schon gleich ihr ersten Album raus. Vorher schauen wir aber noch kurz die heutigen News an. Fünf Personen nach Unfall im Spital. Heute Morgen hat sich auf der Lötschbergstrasse Unfall mit dreien Autos ereignet. Die Strasse ist entsprechend gesperrt worden. Zur Zeit wird noch ermittelt, wie es zum Unfall kam. Die BLS verzichtet auf Kleinforscht. Die Gegner freuen sich. Seit Jahren hat die BLS geplant, eine neue Werkstatt im Westen von Bern zu bauen. Die Anwohner und die Quartierorganisationen hatten aber nicht die Freude. Jetzt wird nach einer anderen Lösung gesucht. Putin hält die Welt in Atem. Russland greift die Oste-Ukraine an. Es herrscht Krieg. Heute Morgen hat Wladimir Putin in ein paar Regionen offiziell die Militäroperationen angeordnet. Fünf Spiele, vier Niederlagen. Der Start im Jahr 2022 ist für den FC Thun Berner Oberland nicht wirklich gut gelaufen. Am Dienstag haben sie gegen Schaffhausen verloren und damit den Anschluss an die Spitze verpasst. Cheftrainer Carlos Bernecker erklärt, wie sie mit dieser schwierigen Phase umgehen will. Carlos Bernecker läuft momentan nicht wie gewünscht. Siehst du das ähnlich? Ja, definitiv. Es ist leider ergebnismäßig nicht optimal. Wir müssen so schnell wie möglich raus auf diese Serie, auf diese Niederlage, wo zum Teil nicht nötig sind gewesen. Aber es ist halt ein Teil von diesen Fassen, wo wir noch sind, wo unnötige Niederlagen kassieren. Und auf das müssen wir unbedingt jetzt reagieren. Woran glaubst du oder hast du eine Erklärung dafür, dass es jetzt im Moment nicht so läuft? Ja, es ist sicher so, dass nach den elf Covid-Fällen, die wir gehabt haben vor dem Meisterschaftsstart, dass haben wir einen bestimmten Rückstand auf Automatismen, Rückstand auf gewisse Spielsysteme noch befestigen. Das haben wir gewusst, wir sind gut gestartet gegen Wiel, mit viel Enthusiasmus, versucht das zu kompensieren. Nachher diese drei Niederlagen, die wir jetzt erlitten haben, ist natürlich nicht optimal für das Selbstvertrauen. Und daran müssen wir jetzt arbeiten, selbstvertrauen, versuchen Basic zu schaffen und so Schritt für Schritt versuchen noch vorwärts, noch kommen. Stimmung im Team ist weiterhin gut oder ist da von Krise etwas zu spüren oder nicht? Ich würde nicht unbedingt von Krise reden. Es ist ein Teil momentan, wo es nicht läuft. Letzte Saison waren wir nicht FC Barcelona und jetzt sind wir nicht der Letzte von der ganzen Situation, sondern wir müssen jetzt cool bleiben, in Ruhe bewahren und fokussiert auf das nächste Spiel. Wir haben weniger Zeit, wir müssen innerhalb von vier Wochen viele Matchen noch bestreiten, in der englischen Woche. Deshalb ist es wichtig, dass man sich nicht so viel überlegt, sondern sich auf die nächste Aufgabe konzentrieren kann. Eine intensive, aber wunderschöne Zeit. Die Angelika Ott bringt schon bald ihr erstes Album raus. Die Wal-Oberländerin macht seit rund zwei Jahren eigene Lieder. Die Leidenschaft für die Musik hat es aber schon ein ganzes Leben lang begleitet. Ich bin die Angelika, ich mache Mundart Musik, ich mache Musik, weil ich finde, Musik ist die schönste Sprache, die es gibt und ja, es hat sich ergeben, dass ich Lieder komponieren und diese produzieren darf. Und jetzt kommt eben das erste Album, das Debütalbum, raus. Also ich bin noch Mutter von zweien Söhnen und ich bin auch noch in einer Betrieb tätig, genau Teilzeit. Und es ist natürlich eine Challenge mit der Berufstätigkeit, mit der Familie, die auch mein Unternehmen ist, genau. Aber es ist ganz viel Herzblut dabei. Inspirieren. Also beim ersten Song war es der Verlust vom Vater, der im Jahr 2012 verstorben ist. Aber erst Jahre später kam es zu diesem ersten Song, ein Song über den Niesen, den Berg, der auch davor kommt. Und später waren es einfach auch Inspirationen aus dem Umfeld. Oder auch meine Kinder, die so die Lebendigkeit widerspiegeln, die einfach so im Moment sind, die den Moment geniessen können, die uns Erwachsenen doch manchmal ein wenig fehlen. Und sicher auch der Garten. Also ich habe gerne wilde Gärten. Ich strebe auch ein wenig wilde Garten an, an Hühner im Garten. Das tut mich einfach sehr inspirieren. So diese Idylle ist echt mir dann Inspiration, genau. Sehr. Ich freue mich einfach auch für die Veröffentlichung von diesem Album. Es ist, ich bin ganz kribbelig. Die Pressung vom Album dauert eben auch noch gerade ein wenig. Drei Wochen. Und ja, es ist so fast wie eine Hochschwangerschaft. Genau. Auftritte sind auch geplant. Genau. Wir haben zwischendurch Anfragen, die wir dürfen. Ich freue mich auch darauf auf den Sommer, dass man auch mehr kann. Genau. Und ja, ich möchte weiterhin auch Musik produzieren. Ich habe ganz fest Freude am Songwriten, am Komponieren. Und ja, das ist so ein Prozess, den mir sehr viel gibt. Und ich möchte möglichst auch das Gesangliche kombinieren mit verschiedenen Instrumenten. Ja, auch beim einen Lied auf meinem Album zum Beispiel ein Schweizer Hörgelchen beizogen. Das ist ja der Mundart Pop oder es ist ja nicht Volksmusik. Aber ich finde die Kombination ist toll, ja. Das wäre es gewesen mit dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen findet ihr noch die ausführlichen Artikel auf unserer Homepage oder unserer App. Jetzt noch das Wetter von unseren Meteo-News-Kollegen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken-Tourismus. Meine Damen und Herren, grüße euch miteinander und ganz herzlich willkommen. Das ist die Jungfrau Zeitung Wetter für das Berner Oberland. Unter dem Strich war es heute doch einigermassen freundlicher Tag. Die Sonne, die allerdings vielfach nur milchig erscheinen. Ja und das Zwischenhöhe von gestern, das hat sich eben auf heute schon wieder verabschiedet. Wir sind im Vorfeld eines Tiefdruckgebiet gelegen. Da ist also wieder etwas mehr Feuchtigkeit vom Atlantik her reingezogen. Und dahinter kommt jetzt in Nacht auf morgen noch eine Kaltfront. Nach entsprechend wird es dann auch zeitweise noch nass. Die Cheva-Grenze sinkt mit dieser Kaltfront bis auf etwa 500 Meter. Es kann also die nasse Flocken bis auf Talböden geben. Und dann starten wir morgen zuerst noch mit vielen Wuchen. Dann gibt es noch letzte Flocken oder in den tiefsten Lagen Tropfen. Dann gibt es aber eine rasche Wetterbesserung. Es gibt ja sonnige Abschnitte. Temperaturen gehen nicht allzu weit. Retour am Tunnel und Prinzersee starten wir mit etwa 2 Grad. In den Freitizgerindewald ist es leicht frostig. Nachmittag geht es mit einem Mix aus Sonnen und Wuchen weiter. Obwohl nicht der Schlagswahrscheinlich bis am Abend wieder etwas zunimmt. Und dann gibt es nochmals Regen oder ein paar Schneeflocken. Die Temperaturen des Taunenspiezes und das Interlaken bei maximal etwa 7 Grad an den Boden. Da messen wir um die 0 Grad. Nach dem Samstag kommt nochmals ein wenig Schneeluft. Mengen halten sich allerdings in Grenzen. Dann setzt sich zunehmend ruhiges Hochdruckwetter durch. Im Verlauf des Samstags kommt zunehmend die Sonne zum Vorschein. Die Temperaturen erreichen das Interlaken rund 5 Grad. Und wenn wir dann am Summte und Mänte viel Sonnenschein und blauen Himmelsgut nur in den Tälen gehen wir zum Beispiel noch ein paar Nebel- oder Hochnebelfelder. Die Temperaturen geben im Tal jeweils frostig. Tagstür gibt es etwa 6 bis 8 Grad. Und der Ziesti sieht aus heutiger Sicht noch recht sonnig aus. Auf den Mittwoch und dann wahrscheinlich ein wenig mehr Feuchtigkeit rein. Das war's vom Wetter. Jetzt wünsche ich weiterhin einen tollen Abend und auf Wiedersehen miteinander. Auf wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020